Wie ist es jeden Tag? Ich werde besser, aber die Läge werden immer schlimmer. Ich arbeite zu viel, ich fühle mich, dass meine Form noch nicht da ist. Aber wenn ich in der Runde immer noch verbessere, dann bin ich sehr glücklich. Ich denke, wir müssen warten, ob ich gewinnen kann oder nicht. Aber ich bin glücklich, dass ich jeden Tag verbessere, obwohl ich meine Sensation auf dem Limit bin. Es scheint, dass du besser am Ende des Titels bist. Du hast eine bessere Zeit am Ende des Spiels gemacht? Ja, ich bin voll Gas, weil ich wusste, dass ich ein guter Zeit in der Intermediate war. Ich wusste, dass ich ein paar Risiken könnte, um den Winz zu bekommen. Ich hoffe, dass ich das mache. Ich bin nicht sicher. Okay, Mann.